Guten Morgen! Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Es ist Freitag, der 7. Juli 2023 und wir wollen uns einen Blick gönnen auf die Non-Farm-Payroads, die heute veröffentlicht werden. Es ist der erste Freitag im Monat und nach den gestrigen Crushing-ADP-Zahlen, waren die wirklich so Crushing-Fragezeichen? Das wird die Frage sein, die wir jetzt erstmal beantworten müssen, wollen wir uns natürlich die Frage stellen, was könnte das für Auswirkungen auf den Markt haben? Vor dem Hintergrund der gestrigen Beschleunigung auf der Unterseite, die wir zu sehen bekommen haben, ganz besonders im DAX, der eine oder andere wird es gesehen haben. Könnte man jetzt ja sagen, nun starke Arbeitsmarktzahlen, das ist ja eigentlich ein Indiz dafür, dass die FED sich dann geldpolitisch doch restriktiver wird zeigen müssen. Die Frage, die sich allerdings stellt ist, waren die denn, wie gesagt, wirklich so stark, die Arbeitsmarktzahlen? Oder ist das nicht tatsächlich jetzt eher die übergeordnete Korrektur, wo wir einfach nur einen Grund finden, warum sich dann final eine Beschleunigung darstellt? Und unterm Strich ist es eventuell vollkommen egal, wie die Non-Farm-Payroads heute veröffentlicht werden. Viel interessanter wird zu sehen sein, ganz besonders im Hinblick auf die US-Märkte, ob der S&P die gestrigen Tiefs halten wird können, ob der Nasdaq die gestrigen Tiefs wird halten können. Darauf werfen wir also in den folgenden Minuten einen Blick. Bevor wir ganz offiziell starten, natürlich der Blick auf den Risikohinweis. Die Visum und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse da ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei, schaue, ob das Risikoprofil mit dem Produktcharakteristiker, also das persönliche Risikoprofil mit dem Produktcharakteristiker und dem Risikoprofil, welches CFDFX-Produkten innewohnt, ob das korrespondiert. Wenn man darüber hinausgehend noch Fragen hat, dann natürlich auch gerne den Kundensupport von xdb kontaktieren und eventuell dann auch einen Live-Konto eröffnen. Alle Informationen vor Stieger, Risikohinweis findet man auf xdb.com.de. Dann darüber hinausgehend, alles was ich jetzt hier präsentiere, ist natürlich keine Anlageempfehlung, sondern ist als Edukation bzw. als Information zu verstehen. Bitte zu verstehen, jeder erstelle bitte sein persönliches Risikoprofil, wie gerade schon bereits gesagt, formuliere seine eigenen Thesen, nutze gerne auch meine Gedanken hier diesbezüglich, aber ist sich dann darüber im Klaren, dass die eingegangenen Risiken bitte selbst eingegangen werden, man selbst für die entsprechende Position, das Management und dergleichen natürlich verantwortlich ist. Ich kann hier keine vollständige Anlageberatung geben, ich kann gar keine geben. Tatsächlich, wie gesagt, alles rein informativ, alles rein edukativ und wie gesagt, nicht als Anlageempfehlung, bitte missverstehen. xdb als Broker hinter diesen Webinaren, bester CFD-Broker des Jahres 2023. Der Grund, der dazu geführt hat, hier in der Mitte, kurz und knackig aufgeführt. Alle weiteren Details, wie gesagt, auf der Webseite xdb.com.de. Ein Grund mit Sicherheit, der dazu beigetragen haben dürfte, ist die X-Station 5 Handelsplattform, in die wir jetzt auch einen Blick werfen wollen und hier, wo wir uns den S&P anschauen wollen, auf Tagesbasis, beziehungsweise wir wollen mal kurz einen Blick werfen hier auf den in der Plattform integrierten Kalender, auf die heute anstehenden Änderungen der Beschäftigungslage außerhalb des Landwirtschafts, der Landwirtschaft Juni, etwas sperrig auf Deutsch, aber Non-Farm Payrolls, Ex-Agrar, aber es sind neu geschaffene Stellen Ex-Agrar, die hier veröffentlicht werden. Erwartet werden sie mit 225.000. Im Vormonat haben wir gesehen 339.000, damals schon ein deutliches Übertreffen auf der Oberseite. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir heute so ein Print zu sehen bekommen, scheint mir relativ hoch, ehrlich gesagt, vor dem Hintergrund dessen, was wir mit den ADP-Zahlen zu sehen bekommen haben, die immer eine relativ gute Indikation dafür liefern, wie die Non-Farm Payrolls ausfallen. Da werfen wir nochmal einen Blick hier auf gestern und da haben wir die ADP-Zahlen und die sind mit Crushing 497.000 veröffentlicht worden, gegen 230.000 erwartet, also mehr als doppelt so gut oder doppelt so hoch, wie ihr erwartet. Das Interessante jetzt allerdings ist natürlich, ein genauerer Blick, der kann hier durchaus lohnen, mal zu schauen, wo wurden denn die Jobs geschaffen. Und das geht aus dieser Konstellation hier nicht hervor, aber ich nutze da sehr, sehr gerne eine Quelle, eine externe, unabhängige Quelle, nämlich tradingeconomics.com, die ich auch jedem Trader empfehle, sich anzuschauen, auch im Hinblick auf ein Fundus von fundamentalen News. Und da ist zum Beispiel aufgeschlüsselt auch 497.000 logischerweise. Und wo sind sie hauptsächlich geschaffen worden im privaten Sektor? Im Service-Bereich, also Leisure, Hospitality, dann Trade, Transportation und Utilities und Education und Health und Job Losses. Also da, wo Stellen abgebaut worden sind im Berichtszeitraum, sind der Bereich Informations, Informationstechnologie und dergleichen und Financial Activities. Also sagen wir mal Trader von Banken an der Wall Street zum Beispiel. Warum das erwähnenswert ist, wir müssen uns dann immer mal ein bisschen die Frage stellen, wie sieht denn dort die Einkommensstruktur aus? Und ich denke, es ist nachvollziehbar, es ist offensichtlich, dass hier ganz besonders dieser Service-Sektor, dass der eher dem, ich sag mal, Low-Wage-Bereich zugeschrieben werden sollte, während die High-Paying-Jobs, also die, die hohe Gehälter zahlen, wie zum Beispiel Informationstechnologie, Programmierer, Trader bei einer Wall Street oder generell Finanzberater und dergleichen, höher bezahlte Jobs eben eher einen Stellenabbau zu sehen bekommen haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist verhältnismäßig groß, dass wir hier eher Zweit-, vielleicht sogar Drittjobs sehen, die Menschen annehmen müssen, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können, ihre Familie ernähren zu können. Und genau da stellt sich wiederum die Frage, ist das ein Signal für eine starke Wirtschaft? Und ich denke, da können wir uns darauf einigen, dass das eher nicht der Fall ist. Das dürfte auch der Grund sein, warum dann wiederum beim FedWatch-Tool, wo ein Blick drauf lohnt, hier, welches die Wahrscheinlichkeit uns offenbart, wie die Marktteilnehmer, in dem Fall hier Ende des Jahres, wir können das Ganze uns auch für den Monat Juli zum Beispiel anschauen, aber wir wollen uns jetzt auf das Ende des Jahres, auf den Dezember konzentrieren, warum sich hier oder wie sich diesbezüglich die Wahrscheinlichkeit darstellt, dass das Leitzinsniveau ein bestimmtes Niveau erreicht hat. Und wir sehen in dem Zusammenhang, wenn wir hier mal darauf schauen, vor einer Woche zum Beispiel, da hatten wir eine Wahrscheinlichkeit, dass das, was die Fed kommuniziert hat auf ihrer Leitzinsentscheidung hinsichtlich des Dotplots, nämlich noch mal zweimal 25 Basispunkte Zinsanhebung zu bringen, dass das hier vor rund einer Woche mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 33% gespielt worden ist, jetzt mit nur 40%, also weniger als die Hälfte der Marktteilnehmer geht davon aus, dass die Fed auch das tut, was sie kommuniziert hat. Und das auf solch einen starken Arbeitsmarktbericht, das überrascht dann schon, möchte man fast sagen und ist dann auch nur geringfügig, meiner Einschätzung nach, in der Lage zu erklären, wo gestern die Bearishness herkam. Ich glaube, wenn wir hier auf den 5-Minuten-Chart mal schauen, uns die Price Action angucken, im Falle des S&Ps, ich glaube, ein Hauptteil dieser Abschläge von gestern, die dann in den Abend hinein wieder aufgeholt worden sind. Der DAX hat sich relativ schwach präsentiert tatsächlich, ist tatsächlich den Abschlägen aus Europa geschuldet gewesen, wo sich der DAX ganz besonders auch jüngst ja schon relativ schwach präsentiert hatte. Und diese Bearishness hier, dieses Lackdown dann mit der Wallstreet-Eröffnung, welches komplett wieder hochgekauft worden ist, das offenbart meiner Einschätzung nach, dass das nicht die Spekulation war, dass die Fed sich restriktiver darstellt oder dass es irgendwelche Spikes in den Zinsen war. Und das wiederum lässt jetzt den Schluss zu, wenn der heutige Tag bis zu der Veröffentlichung der Non-Farm-Payrolls um 15.30 Uhr, wenn der eher evolutil und spektakulär und ohne großere Schwankungen erwartet wird, das lässt natürlich dann den Schluss zu, dass man sagt, eventuell liefern zwar die Non-Farm-Payrolls einen Impuls, aber viel interessanter wird sein, wie der Markt sich grundsätzlich im Gesamtkontext präsentiert und ob gestern ausgebildete Chartlevel gehalten werden können oder nicht. Und unabhängig somit von den Non-Farm-Payrolls getradet werden sollten, beziehungsweise wir da gar nicht so einen großen Fokus drauf legen sollten. Und so würde ich tatsächlich heute an den Tag rangehen. Also ich würde die Non-Farm-Payrolls natürlich mir anschauen, würde gucken, wie reagiert der Markt da drauf und dergleichen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass die Non-Farm-Payrolls in der Lage sind, einen nachhaltigen Impuls auf den Weg zu bringen. Ich glaube, dass wir den erst mit der US-Eröffnung zu sehen bekommen. Und vor dem Hintergrund des Bildes im Hinblick auf den S&P hier und dieser möglichen topischen Struktur wird der Schlüsselbereich für den heutigen Tag auf den gestrigen Tagestiefs liegen. Das heißt also, wir sollten uns hier anschauen, ob wir die Region im Falle um 4.420 Punkte, die Tiefs von gestern, ob wir in der Lage sind, die zu halten oder ob wir die droppen und vor allem drunter halten. Sobald das stattfinden würde, solch ein Szenario, wäre davon auszugehen, dass weitere Bearishness für den S&P zu erwarten wäre. Und das anzuwesende Kursziel wäre dann diese übergeordnete Aufwärtstrendlinie. Kursgefilde 4.350 bis 4.370 Punkte. Heute, eventuell auch erst in den kommenden Tagen, was dann auch weitere Bearishness zum Beispiel im DAX nach sich ziehen könnte. Ich muss gestehen allerdings, eventuell interessanter das, was wir im Nasdaq zu sehen bekommen. Da ist die Konstellation nahezu identisch. Wir haben ja diese übergeordnete Aufwärtstrendlinie, nochmal die Beschleunigung dieses Aufwärtstrends auf der Oberseite zu sehen bekommen. Und auch hier so eine mögliche topische Struktur. Und auch hier spielen die gestrigen Tagestiefs eine wesentliche Rolle. Die verlaufen in dem Fall um ungefähr 15.100 Punkte. Das ist diese Region hier unten. Und auch hier stellt sich dann die Frage, halten wir drüber oder brechen wir? Fallen wir drunter? Gehe ich davon aus, dass die übergeordnete beschleunigte Aufwärtstruktur damit als gebrochen gesehen werden kann? Und dann dürften wir eine tiefere Korrekturbewegung sehen, die uns im Nasdaq eben in Gefilde der übergeordneten Aufwärtstrendlinie führt. Die verläuft zu dem Zeitpunkt, ich würde mal sagen, um 14.02. Vielleicht so roundabout, vielleicht um 14.05. Irgendwie sowas in diese Gefilde. Auf jeden Fall die durchgezogene blaufarbene Linie wäre dann mein anzugesierendes Ziel auf der Unterseite. Zwischenziel hier im Bereich um ungefähr 14.800 Punkte. Ja, das wäre es mit Ausblick auf die Non-Farm-Payrolls dann heute um 14.30 gewesen. Happy Trading. Schönes Wochenende und am Montag können wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Bis dann und tschüss.